Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Disco Elysium, wo wir uns mal ein bisschen weiter um diese unfassbar stinkende Leiche kümmern und als nächstes mal den Gürtel untersuchen. Was war das? Ein Wort? Ich sollte mal was trinken. Was für ein Seil ist das? Wie in einem Hafen? Mit Sie meinen Sie wohl die Hardy Boys? Sie wollten sicher gehen, dass er auch oben bleibt. Der Polyester scheint fest zu sein. Weiß ich nicht. Sieht nicht unbedingt danach aus, aber okay. Es ist nicht nur Polyester. Sieht immer wieder. Sieht diese Linie? Das ist, wo die Warriors laufen. Ich sehe Räume für mehr als 20 Strecken. Das macht ihn viel problematisch, als ich erwähnt habe. Wie ist es? Wie haben die ihn überhaupt da hochbekommen? A noose ist einer der Dinge, die es einfacher ist, um einen Weg herum zu nutzen. Sind sie an der Kinderleiter hochgeklettert? Du zeigst auf die bunte Leiter an der Seite des Baumes. Das Ladder kann nicht einen grünen Mann tragen. Ich habe auch nicht einen Splintering gesehen, hast du? Ich glaube, sie haben den Branche gebrochen. Dann haben sie die Bälte runtergeklettert, um die Böcke zu schließen. Okay, dann gucken wir uns mal den Rest der Löcher an. Apropos Tattoos. Wovon wird meine gezeichnet sein? Alkohol und Herzbruch. Ist das eine Karte des Nachthimmels? Er wendet sich. Ich übersehe hier irgendetwas. Plötzlich erklingt ein hohes Geräusch, als der Lieutenant den Reißverschluss seiner orangenen Jacke öffnet. Was ist das? A Trugetsonschein. Mini. Scheiße, Kuno! Was ist das? Eine Instant-Color-Kamera. Er holt zwei Blitzlichtbirnen mit Metallklappen hervor und klemmt sie an der dafür vorgesehenen Halterung an der Seite des Apparats fest. Dort funkelt ein dünner Schlitz. Ich habe nur zwei Impulse, also niemand mehr. Ich will nicht eine gewöhnt. Er richtet die Kamera auf die Leiche und spielt hindurch. Die Linse muss scharf gestalten. Dann... Ein Geräusch, ein schrulles Flasch, folgt mit einem kleinen Ampoule von Glas. Du siehst, Streben der Farbe, die auf den dünnen, glössischen Papier, die rauskriegen. Okay, wir brauchen es. Sagt der Lieutenant und schüttelt das Papier, um es im kalten Wind trocknen zu lassen. Darauf ist eine 1 zu 1 Kopie der tätowierten Brust des Toten zu sehen. Cooler Apparat. Wofür brauchen wir dieses Foto? Es enthält die Beziehung der Beziehung. Es war ein Mann von physischer Gewalt. Die Geschichte, die er seinen Körper zu erzählen wollte, war wichtig für ihn. Es ist seine Lieder zu uns. Jetzt, wenn du es jemanden findest, um es zu bezeichnen. Kann ich es haben? Ich möchte es mir später gerne anschauen, ohne den Leichengeruch. Sure. Just don't lose it. The glassy-eyed corpse looks by, his mouth mute and his skin as colourful as the chemical rainbow on the photopaper, teeming with opportunistic organisms. Du siehst ihm in die Augen. His eyes are milky white and blind to the world, protruding comically from their sockets. There is no one home. Just sub-aquatic terrors there. Dark brown hair grows on his head. His face is ready to explode from the organic processes inside. The death's head grin has passed. What remains is an unrecognisable mess. Verrate mir wer du bist, Toter. I'm gone. Ich hasse dich, du stinkst und du bist langweilig. Wait, what? Wo bist du hin? Into the wild pile yonder. Wo ist das? In the past. Way out in the west. Ich kann sehen, dass du tot bist, aber wer bist du? I'm a joke. Look at me. Das bist du jetzt, aber wer warst du, als du noch gelebt hast? A killer. A motherfucker. A motherfucker. And a killer. Ich habe noch eine Frage an dich. Go ahead, Copan. Ich bekomme das verdammte Fach in meinem Fallbuch nicht auf. The blue heart. Oh, that's good shit. You'll love it. Just press down and fuck it open like you always do. Fuck it on. Copopo the clown. He means force. It will work. Was ist denn jetzt los? What do you mean? Ich rede mit dir. It's the power of your. Auf seinen Lippen bildet sich schwarzer Charme. Imagination. Yeah man, don't be crazy. Inanimate objects and dead people can't really talk to you. Your wild imagination is doing this. Ask some more of those questions you love so much. He loves those. Aber warum bin ich so vernarrt in Fragen? Because you're a cop-a-rooney. Look at all of them go. Do you want more questions? Yeah, mehr Fragen. Here you go, you looney. Warum habe ich das Gefühl, etwas Furchtbares vergessen zu haben? Because you have. Hm. Ich hasse dich. Du stinkst und du bist langweilig. Do I remind you of someone? An ein Tiefseegeschöpf. No, not quite. Be fair now. Ein Baby, das an Hallokinismus leidet? You sure I got out of that one? Copplini. Ist mein Name etwa Polente? Fuck no. You're no Rooney. Ich komme mir aber schon vor wie eine Polente. Zumindest wie eine ziemlich lahme End... Oh Gott. Es funktioniert im Deutschen halt nicht so gut. Nein, so heiß ich nicht. Ich bin Harry. No. You're not a Harry either. You're a motherfucker. That's who you are. Rooney the motherfucker. Es reicht. Come back later, Coppo. Amuse yourself with my Frank manners and my Memento Mori features. If possible. Also. See me in your dreams. Da gibt es etwas, das ich wissen muss, Leichenmann. Of course. You have come back later, Coppo. Amuse yourself with my Frank manners and my Memento Mori features. If possible. If possible. Osau. See me in your dreams. Okay, dann sollten wir das wahrscheinlich nächste Nacht machen. Oh Gott. Okay, das war wild. Wir gehen mal einen Schritt zurück, knalfen die Augen zusammen. As you narrow your eyes, the monster before you blurs into a violent mess of green and pink. This is a trick. You've done it before. Pink is where the blood settled in the first hours post-Wortem. You can use it to see if the course has been tampered with. Does his position at the time of death match the discoloration? D'ohr, Bartist. Only the lower extremities are pink with a dash of blue. His fatted hands, thighs and his neck, just above the noose. The rest of the corpse appears dark green in the cold spring air. Sein Gesicht und seine Hände sind pink. Die Oberschenkel auch. I see it. His neck too. His neck too. The lividity goes right up his chin. We have good, well-pronounced discoloration here. The monster comes back into focus. An explosion of color, coursing with dark marbled veins. His stomach appears pregnant with something. Black liquid streams down his thigh and onto his boot. So, what do you think? Agreed. Especially on the neck. The belt acted like a tourniquet keeping the blood in his head. The hypostasis supports her hanging. Could it still be that he was moved after the death? There is always a chance. We should check four ligaments marks on his neck to see if they are in tune with the belt. We'll have to get him down first. Du bedeckst deine Nase. Da kommt etwas aus ihm heraus. The pool of blood and feces has eaten into the frozen mud below the man's feet. Purge liquid is dripping into it, drop by drop. The victim appears to have contained no more than half a kilogram of digestion at the time of death. What the fuck are you saying? What the fuck are you talking about shit? Hmm. Da haben wir ja Glück. Did we? I don't feel lucky. Er sieht übel zugerichtet aus. Sehen sie die Prellung? I do. Most of them are post-mortem. Maybe even all of them. The delinquents have made our jobs harder with their little sport. Stop talking in riddles, Coinslot! He means he fucked him up good, Kuno! Fucked him up brutal like! But there is no breath to catch. Only the cadaver filling the air and your nostrils. He slowly rotates before you, decomposing. So, und wie bekommen wir ihn darunter? Are you sure we've finished the preliminary examination of the cadaver? We might miss some of these things once he's done. Trotz da einen Schritt zurück und siehst erstmal genauer hin. The cadaver slowly twists on the cargo belt. His torso covered in tattoos and extremities blotched pink and blue. As you narrow your... this is a trick. Only the lower extremities are pink with the cadaver slowly twists on the cargo belt. His torso covered in tattoos and extremities blotched pink and blue. His eyes dark brown. The corpse looks right through you as you distance yourself from its stench. Eyes like a shark. Hmm. The still reinforced belt presents a unique challenge. I brought chain cutters. But I don't see a good angle of approach to the belt. The cadaver is a good 1.2 meters up. Neither one of us can reach the belt without assistance. And even if we do, there's the question of cutting it. Hmm. Kann das nicht jemand anders machen? Someone else? You mean like... The police? Hmm. Hmm. Ah, haben sie ja auch wieder recht. Sadly, yes. The whole RCM is out there right now. Doing the exact same thing we are. Are we in a rush to help them? Not with this on our hands. I know it's hard, but I assure you, the others won't come to help us. And we have a growing sanitary concern here. We need to get him down. Fast. We can climb up there and sow the branch. Ah, good. Könnte gefährlich sein. There has to be a less risky way. With less falling down of trees. Can we hit him down? Yeah! Bang bang time, pig! Shoot his head off! How? Na ja, den Gurt durchschießen. With a buckle ties the rope to the branch. That's a good spot to aim. Hmm. Da, wo die Schnalle den Gurt zusammenhält. Where? Ah, yes. I see. If the shot hits that, there might be a chance to release the belt. Yeah. Now we're talking. Entertain the Kuro with some shit. They'll miss! The pigs will miss, Kino! What else can we do? Da können wir ja noch wieder drauf zurückkommen. Ähm. Können wir im Haar für Hilfe auftreiben? I was really hoping we wouldn't. The Union appear to be suspect in this case. It seems like a dangerous route to go down. Was können wir sonst schon tun? Du entscheidest dich für diesen Weg. Einen Moment. Überlegen wir uns das noch einmal. Du lässt dir erst die anderen Möglichkeiten durch den Kopf gehen. Ja, das klingt so ein bisschen nach letzter Ausweg. Aber was andere Optionen? Der Kurs schießt auf den Beld. Wie ein Chicken. Auf einer Scheuern. Ja, sie sollten ihn runterschießen. Gibt keine andere Möglichkeit. Hm. Wir gehen die Ideen aus. Schauen wir uns noch einmal an. Ob da was Neues bei ist? Hm. Nein, ist es nicht. Okay. Yes, we do. Ja, sie sollten ihn runterschießen. Gibt keine andere Möglichkeit. Du sagst nichts, du überlässt es ihm. Geh'n ruhig, Partner. He's gotta fucking met! He's gotta fucking met! Vielleicht sollten sie es einfach nochmal versuchen. Und vielleicht sollte ich es einfach mal versuchen. Verdammt nochmal, kriegen sie ihren Scheiß zusammen. Also, vielleicht würde das helfen, aber wir sind nicht in der Position, das zu sagen. Absolut nicht. Halt, nein. Er lässt den Blick schweifen, vor allem hinauf zu den umliegenden Fenstern. Es ist schon in Ordnung. Nein, ich werde ihn nicht anmaulen. Und nun? Darf ich die Würfe haben? Lassen sie es mich mal versuchen. Er hält inne, zuckt damit den Schultern und lädt seine Pistolette fertig. Du nimmst die Würfe. Du machst dich erst mit dem Gewicht der Würfe vertraut. Du zähltst mir der Würfe auf den Gürtel. Du machst zuerst dein linkes Auge zu. Your field of view narrows. The branch slowly moves, becoming entirely two-dimensional. The metal buckle glimmers, catching the evening light. As the corpse slowly rotates. The slow movement of the branch in the wind and your shoulders directing the gun sink up. Dancing hypnotically. Ruhe. Ruhe. Willst du mich f***en? Willst du mich f***en, Pig? Ist das, was das geht? Ich habe schon ein bisschen Bock auf die kleinen Gehörer zu zielen, aber das ist definitiv nicht das, was Kim wollen würde. Von daher, wir kommen gerade nicht an unser Inventar, ne? Ich würde kein einfach... Ich glaube, genug gunslinging für heute. Ich empfehle, wir gehen zu den Harbour und fragen den Liedern der Union, um uns mit dem Körper zu helfen. Ich hätte preferrte, uns nicht die Union zu tun. Aber wir können das sicherlich nicht selbst tun. Los geht's. Okay, ich hatte die Hoffnung, ich kann ihm die Waffe erstmal wiedergeben und ihn dann nochmal fragen und jetzt erstmal mein Inventar durchgucken und schauen, ob wir die Stats noch irgendwie verbessern können. Aber wir können nicht. Ja, shit. Ich meine, wir hätten eh nichts gehabt, was uns da geholfen hätte. Von daher ist auch okay. Wir können das Ding nochmal angucken. Lieutenant Kizuragi hat dieses Foto von den Tätowierungen des Gehengten geschossen. Es zeigt das verworrende Netz aus blauen Linien, das sich über dessen Brust erstreckt. Du musst zugeben, dass das ziemlich abgefahren aussieht. Okay, damit können wir noch interagieren. Das muss ich mal im Hinterkopf behalten. Damn. Okay, wir können Kuno nochmal fragen zu der Rüstung. Dann müssen wir mal funken. Er hat nicht aufgehört Steine zu werfen. Er hat nur neu gesammelt. Ich kann Kuno nicht fragen. Ich kann Kuno nicht fragen. Wie kommt's? Ein Mutant? Was meinst du mit weggeschmissen? Er tritt den imaginären Helm weg. Du hast ihn ins Meer geworfen? Ja. Das bedeutet nichts für Kuno. Kuno gibt keine Scheiße über Materialschirte. Kuno ist ein verdammter Monk. Willst du jemanden über diesen Armour schreien? Geh die Moustache-Union-Fuck. Die solle Troubadour-Scheiße auf der Garten. Wem meinst du mit Robadour? Ich weiß total, wen er meint. Aber mhm. Ja, Cock-in-Boot. Du kennst den Jolly-Union-Kau-Fucker? Er kam rund um zu reden, zu reden, zu reden und zu reden. Er kam rund um zu reden, zu reden, wie er um die Kau zu reden. Ja. Du kennst ihn an den Garten. Derjenige mit den Jolly-Smiel. Meinst du Manjana? Ja. Er ist derjenige, den du mit zu reden willst. Er ist verrückt über diese Armour-Scheiße. Sein ganzer Körper ist mit Kontusionen übersät. Warst du das? Er greift sich in den Kopf, als würde ihm plötzlich wehtun. Er sagt, du bist dumm, Kuno. Sie wollen dich wieder dumm machen. Ja, genau das meine ich damit. Du bist dumm. Eine Kontusion ist eine Prellung. Ich spreche von den Spuren, die deine Steine an der Laiche hinterlassen haben. Oh. Der Kuno macht deinen Scheißniffen schwerer. Obstruction von Scheißniffen. Das ist Kuno's Kingdom. Kuno fucking rules hier. Hm. Du hörst den Lieutenant Hum. Hm. Ja, wohl nicht. Gut, dann gehen wir wohl mal. Kuno doesn't fucking care. Und äh, sprech mal mit Manjana. Das ist dann der Deal. Und dann geht's auch tatsächlich allmählich auf 21 Uhr zu. Aber ich hab finally mal das Gefühl, irgendwie weitergekommen zu sein. Das hat mir echt ne ganze Zeit lang gefehlt. Kuno hat mir gesagt, dass sie etwas über die Rüstung wissen müssten. Sein Versprechen. Kannst du gesagt? Warum nicht? Warum nicht? Vielleicht können die Pfeile den Streik vermitteln. Geh uns noch ein paar Tage unter dem Sonnen, du kennst. Also ich ging zu diesem Mann. Er sagte, er würde mich seine Prisombich machen. Er hat alle Augen, die Köpfe in seinem Puckett und er ist der König von Jamrock. Er hat mich recht gemacht, um das Menial-Foot-Work zu machen. Ich habe die Probe dann und da geschlossen. Und es hat mich immer noch in zwei Probleme. Ein schlechter Bewegung ist alles, was es braucht. Also, hat Kuno uns benutzt, um was zu tun? Ihn Angst einzujagen? Er denkt darüber nach, einen Schluck aus seinem Flachmann zu nehmen. Er denkt, nicht noch. Es ist besser, dieses Geschäft aus dem Weg zu holen. Dann besser. Die Rüstungsuntersuchung. Was haben Sie dabei herausgefunden? Was für technische Details haben Sie in Erfahrung gebracht? Ich habe ein paar Forschungen in dieser Armadura. Ich sage, ich habe Freunde in der Bibliothek. Ich habe nicht die Materialien, nur wie es kommt. Wie kommt es kommt? In Parts. In Parts. In total. Der Helmet war der erste zu gehen. Der Kitzel hat es in der See. Ich glaube ihn. Der Kitzel war noch auf der Kitzel. Es ist schwer zu entfernen. So, wie ich fand, da sind zwei Teile. Die Gäntel und die Kürasse. Das ist, wo ich aufzuhören. Zu viel Hassel. Mehr als ein Job für ein Militier. Moment, vier Teile? Helm, Kürasse, Handschuhe, Stiefel? Was ist mit der Hose? Oh, sie sind einfach weg. Sie existieren nicht mehr, wenn sie überhaupt nicht getan haben. Vergiss es über sie. Ich habe es gemacht. Ich werde einen Teil der Rüstung aufspüren. Einen Teil reicht. Ich bin ehrgeizig. Ich werde die ganze Rüstung finden. Alle Teile. Macht das irgendeinen Unterschied? Wenn wir alle... Also wenn... Verändert das unsere Quest? Ist die hier leichter zu lösen? Gibt dafür weniger XP? Ich habe keine Ahnung. Wir sind ehrgeizig. Und wenn wir die Rüstung hinterher nur verkaufen, um mehr Geld für Drogen zu haben. Aber die Rüstung ist Geld wert. All of it? There are junior officers out there, eager to prove themselves. I would leave some for them. And I would leave the boots to processing. But okay. Let's find all of it. A mess is epic then. All across Martinez. I hope it will be a real bonanza for you. Hm. Danke für eure Mithilfe. No problem. If you see that kid, thank him for call me manana. Thank him for showing me the way. Hm. He is sincerely grateful. He is not tracking down pieces of armor right now. Hm. Okay. War schön mit ihnen zu reden. Ich muss los. Okay. Also jetzt doch die Stiefel ausziehen, ja. Ah, beschädigtes Fallbuch. Warte, 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 ja. Alrighty. Ähm. Oh Gott. Wo ist denn das unser Fallbuch, ne? Okay. Okay. 42% Chance. Gucken wir mal. Hm. Das ist noch nicht was passiert. Fuck this compartment. You should throw it away. Strange. Why does it make you so angry? Why does it make you so angry? Okay. Wir haben Kleidung, die uns Min... Ne, wir haben keine Kleidung, die uns Minus-Mechanik gibt. Okay. Haben wir Kleidung, die uns Plus-Mechanik geben könnte? Die Handschuhe. Okay. Können wir es doch nochmal probieren. Achso, da hätte ich da gar nicht rausgemusst. Nope. Okay, aber wir können hiermit noch interagieren, das würde ich auch ganz gerne machen. Okay, das kennen wir. Okay. Was hat diese Tätowierung zu bedeuten? For you to discover. You've gotten as far as you will without assistance. Where bist du? Gone. Hm. Okay, das hat uns jetzt nicht wirklich geholfen. But it's something. Hm. Hm. Okay. Na dann gehen wir mal in den Hafen. Und müssen Evra bitten, die Leiche darunter zu holen. Auch wenn ich das eigentlich nicht möchte, aber es scheint unsere einzige Möglichkeit zu sein. Ah. Ein Haufen von Spanngurten, die zum Heben schwerer Lasten benutzt werden. Auf einem steht Vermillion. Bin ich überraschend? Mr. Dubois. Every Worker. Er beugt sich zu dir hinüber und wartet darauf, dass du seinen Satz beendest. Ein Vorstandsmitglied? Ein lebender Gott. Ist ein Organ des großen staatlichen Kriegsorganismus und sieht genau wie ich aus. Für sich. Ein Vorstandsmitglied wäre das Slogan halt. Ähm. Ähm. Weiß ich halt nicht. Ich fühle das alles gerade nicht, aber... Können Sie mir helfen, eine Leiche aus einem Baum zu entfernen? Können Sie mir helfen, eine Leiche aus einem Baum zu entfernen? Oh mein. Ich nehme nicht diese Frage persönlich. Aber warum würde ich in diesem Fall involviert werden? Mr. Clare. Der Mann wurde mit einem Cargo-Belt verhängt. Ein Stil-reinforced-Cargo-Belt. Es ist sicher, dass die Union etwas mit dem Mörder zu tun hat. Außerdem habe ich die Fußspuren am Tatort untersucht. Es sind Arbeiterstiefel. Sie sind eine Führungspersönlichkeit. Helfen Sie Ihrer Gemeinschaft. Er leckt sich seine fetten Lippen und lächelt. Aber natürlich. Alles zu schlafen. Ich werde Ihnen helfen. Er nimmt den Hörer von einem Funktelefon zu seiner Rechten und drückt dann auf einen Knopf. Jean-Luc, mein Junge. Ich habe es geschafft, Evra. Ich habe es noch dubioser gemacht. Um was geht es denn? Was? Das Gebräu. Das dubiose, dubiose Gebräu. Ich werde jetzt gehen. Vielleicht unterhalten wir uns später noch einmal. Na, auch hier hätte uns halt nichts geholfen. Ja, okay. Na gut. Sprechen wir mit Schädelmesser. Ah. Ah. Na dann. Nein. Ich werde... Ach. Gosh dang it. Ah, der ewig lange Umweg. Aber vielleicht können wir dann auch mal direkt in den Hafen laufen, wenn Jean-Luc dann weg ist. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja? The unpromissing race pupil returns. Evra hat sie gebeten uns dabei zu helfen die Laiche aus dem Baum zu entfernen. Warum sind sie nicht bei den Hardy Boys? Aber sie gehören doch alle zur Gewerkschaft. The Hardy Manlets are on the pay of the company. I answer to the union alone. And I do this out of race heroism. Finance is an alien concept to the simonese. Now leave me be. I must luxuriate in the company of my woman. Oh god, Alter. Evra hat sie gebeten uns dabei zu helfen die Laiche aus dem Baum zu entfernen. So it was. You surmounted the harbor wall in a display of athletic prowess to reach my superior. Then had him give me an order. I salute your cunning and I will remove the body from the tree with my bare hands. You're so noble, Measurehead. But while I am gone, someone must stand guard on the bridge. That someone needs to be you. No. But that wouldn't mean you're openly showing the people that you're taking the union's side. What's wrong with you? What's wrong with you? We can't do that now. I don't know how long he's gone. And we have about 21 hours of a meeting. Lieutenant, what's is if we don't do that now? This is the uncomfortable result of not taking them down ourselves. I can live without compromising. Ich hätte jetzt echt gern die Option, ihm zu sagen, so hey, ja, wir machen das, aber ich komme später nochmal wieder. Weil das ist jetzt echt ungünstiges Timing. Das ist halt ungeil. Kann ich? Nein, ich kann jetzt halt auch nicht speichern. Geil, und der letzte Autosave ist halt einfach anderthalb Stunden her. Nice, okay, cool. Also machen wir das auch nicht. Wenn wir jetzt sagen, nein, das machen wir nicht, kann ich mich dann später nochmal anders entscheiden? Ich probiere das jetzt einfach aus. Also, ich will auf jeden Fall mit dem Typen reden, auf dem Balkon. Mit unserem mysteriösen Raucher, weil das ist noch eine super wichtige Spur. Okay, ich warte hier, holen Sie auf die Leiche aus dem Baum. Okay, das können wir dann immer noch machen. Fein, okay. Dann kann ich aber trotzdem noch ein bisschen mit ihm quatschen, weil wir müssen ja dann immer noch ein bisschen Zeit totschlagen. Wissen Sie irgendetwas über diese Tasse? Wissen Sie etwas darüber? Stopp showing me your pathetic cop. I have no interest in it. Ich glaube, ich weiß jetzt, was das Rasenendigma ist. Ich will nicht mit ihm darüber reden, aber ha? Das ist Schwachsinn. Ich wollte nur in den Hafen gelangen. Nein, das sage ich noch nicht. Paradoxerweise planen sie, die Okzidentalen mit ihrer eigenen Rassentheorie zu verdrängen. Die Reichen wollen, dass wir uns mit der Rassenlehre beschäftigen, während sie sich das ganze Geld unter den Nagel reißen. Es ist bloß etwas, womit sie die Leute erschrecken. Liberale und progressive Leute. Sie können es mit allem aufladen, was sie wollen. Es ist eine Sprachübung in freier Assoziation. Degeneriert. Rassenheld. Ich verstehe es noch nicht vollständig, aber es ist klar, dass ich aufhören sollte, das uralte, imaranische Gedankengift Al-Ghul zu trinken. What? Diese Müllhalde ist reif, vom areopagitischen Superstaat verdrängt zu werden. Vielleicht kann ihre Regierung zu Diensten sein. Vielleicht brauchen sie ja einen Polizisten. Oh Gott, ihr könnt... Also es ist absoluter Schwachsinn und ich wollte nur in den Hafen gelangen. Aber, das sage ich ihm auf gar keinen Fall, solange die Leiche noch im Baum hängt. Ich glaube, das ist jetzt gerade mal so der easy way out. Ich verstehe es noch nicht vollständig, aber es ist klar, dass ich aufhören sollte, Al-Ghul zu trinken. Das sagen wir ihm natürlich nur. Natürlich denken wir auf gar keinen Fall, dass wir aufhören sollten, Al-Ghul zu trinken. Faszinierend. Der Ravasholian Degenerate zeigt Signs der soziale Selbstreflexion. Wie hast du diesen kleinen Feet geschafft? Ich habe mich fünf Minuten ausgenüchtert. Ich habe mir vorgestellt, wie mich die... Pyknische Fratze der Wüstenpückenmähe mit... Wüstenpückenmähe mit... ...schiefen Zähnen anlacht. Ich habe mir eine Frau vorgestellt, die mich mitleidig anlächelt. Schrecklich und wunderschön. Das wäre mir von Anfang an vollkommen klar, dass die Antwort auf das Rassenenigma... ...ich sollte mit dem Trinken aufhören, lautet. Das kann man jetzt auch so oder so interpretieren. Habe ich mir vorgestellt, wie mich die Pyknische Fratze der Wüstenpückenmähe mit schiefen Zähnen anlacht? Vielleicht. So wie es würde sehen, Drall of Ruhl... Er legt eine Pause ein, um auf heroische Weise zu zweifeln. Ich werde mit dem Trinken aufhören. Nein, werden wir nicht. Ich will ihm aber auch nicht recht geben. Die Sache ist, wenn wir... Also wenn jetzt nicht in Klammern dabei steht, du lügst, dann meinen wir das ja durchaus ernst, ne? Sie haben recht. Dann mache ich hier was vor. Ohne Partys ist die graue Realität sinnlos. Das ist richtig. Du kannst nicht die Wälder der Realität nicht überstehen. Vielleicht sollten wir jetzt ein bisschen arbeiten gehen. Hm. Es ist klar, du möchtest die harten Dinge, Brotter. Auf was stehe ich? Klingt irgendwie, als ob mein Magen grummelt. Den Eid? Was hat mein unterer Darm für ein Problem? Ja, ja, okay, aber was ist die harte Tour? Faschismus, Brotter. Okay, Bauch. Ähm. Ich weiß jetzt, wie ich zum Faschismus stehe. Du fährst fort, um ein knallhartes Urteil zu fällen. Du wirst deine Wälder der Realität nicht überstehen, Brotter. Auf gar keinen Fall. Ich lasse mich doch nicht von einer Magenverstimmung an der Nase herumführen. Du bist raus. Es gibt ein schlau, schmerzhaftes Gräuel irgendwo in deinen Intestinen. Sie knacken auf deinen Alkohol-engorgeten Leber. Es ist eine von Betreuung und Verzweiflung. So, wir haben einen neuen Gedanken, öde Realität. 20 Stunden während der Zeit, minus zwei Körperapparat. Okay. Du wurdest darauf hingewiesen, dass du ein Alkoholiker bist und dass es eine Krankheit ist und dass sie dich umbringt. Du kriegst auf deinen Knien durchs Leben, auf dem Boden, dein Bauch voller Fussel. Fussel, nicht Fussel. Dein Gehirn mal matschig, mal nicht zu bändigen, deine Haare verklebt vom Angstschweiß von heute, der Kotze von gestern. Vielleicht stimmt es ja. Alles ist besser als das. Selbst die knochentrockene Realität. Vielleicht kannst du aufhören? Ja, vielleicht können wir das. Aber um das zu können, müssten wir es erst mal wollen. So, wir können noch total versuchen, dem Opfer die Stiefel auszuziehen. Das sollten wir nämlich auch noch tun. Und dann ist es hoffentlich irgendwann endlich 21 Uhr. Holy shit, der Dienstag hat sich ganz schön gezogen. Hauptsächlich, weil wir mittendrin irgendwie so ein bisschen storymäßig stuck waren, bis ich endlich mal auf die Idee gekommen bin, meinen Scheiß zusammenzukriegen. Okay. 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 Wo war die Option noch gleich? Und dann? Okay. Okay. Habe ich jetzt nicht mehr die Option zu versuchen, ihm die Stiefel auszuziehen? Wenn du die Stiefel auszusehen, dann wird es helfen, dass ich die Stiefel auszusehen. Ja, die Stiefel fliehen. Sie werden immer wieder. Und die Stiefel... Nein, ich glaube, er hat etwas Precious underneath die Stiefel. Sie hat... Sie hat... Sie hat sie... Sie haben sie komplett... Hm... Es ist. Wir haben sie für ein volles Set über 4 Jahre geholfen. Mit den Stiefel? Möchtest du sie nicht logieren? Lass uns sie holen? Natürlich. Hm... Oh, das hatten wir gerade alles schon. Das ist die Seriennummer? Ich... Ich... Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir haben die Option einfach nicht mehr. Also, ich... Also, ich... Ich finde sie halt einfach nicht. The man before you is naked. Also, ich meine, ich habe doch da jetzt quasi alles durchgeklickt, was in die Richtung ging, oder? Das war doch auch auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich weiß nur nicht mehr was. Container, Hantel, Kartenwand, Cafeteria, Fenster, Eismaschine, Kuno, Joyce, Joyce, Titus... Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist jetzt wirklich weg. Dies könnte längere Zeit dauern. Ziemlich lange Zeit sogar. Hm... Ergattere die Stiefel ist gehänken. Ziehe dem Opfer die Stiefel aus. Ja... Würde ich, wenn ich könnte? Damit es dir gelingt, müssen folgende drei Bedingungen erfüllt sein. Der Körper muss am Boden liegen, die Leichenschau muss abgeschlossen und Kim abwesend sein. Er wäre dagegen. Das wird verdammt kompliziert. Also mach dich nicht fertig, wenn du die Leiche versehentlich zur Kriminaltechnik schickst, ohne an die Stiefel gelangt zu sein. Okay. Gut zu wissen. Dann funken wir doch erstmal und versuchen was über die Seriennummer rauszukriegen. Mh... Mh... Können Sie eine Seriennummer eines paar Panzerstiefel für mich prüfen? E-50-100-1000 und bei der Rüstung handelt es sich um eine Fairweather T-500 slash VE. Äh... Moment, was ist die IKP? Hat sich die IKP bei Ihnen wegen der Seriennummer gemeldet? Ja, jetzt wohl noch nicht. Ich bin mit dem Funkgerät fertig. Und wir schließen die Tür. Danke. Gut, es hat jetzt weniger Zeit verbraucht als gedacht. So, dann müssen wir Alice morgen nochmal fragen. That's fine. Äh, da wir jetzt noch ein bisschen Zeit überspringen müssen, würde ich nochmal in unser fantastisches Buch gucken. Ja, zwei kleine frische Minze. Next, you need to combine the base ingredient with an appropriate vehicle. Mh, etwas Aloe Vera-Axtrakt. Lastly, is there anything else you'd like to add? Ein paar Granat-Apfelkerne. You've created a delicious tincture of whiskey and ginger. Äh, nein. Das ist der falsche Text. Wir haben weder Whisky noch irgendwas da reingetan. If only you could find one of these right now. And would you like to try again? Ja. Very well. First, choose a base ingredient. Next, you need to combine the base ingredient with an appropriate vehicle. Lastly, is there anything else you'd like to add? Is there anything else you'd like to add? Yeah. You've created a delicious Tincture of whiskey and if only you could find one of these right now. And would you like to try again? Gut, dann ist es jetzt. Oh Gott, das hat noch mehr Zeit verbraucht. 21 Uhr 11. Ich hoffe, er ist noch da. Bitte sei da. Da kommen wir nicht durch. Ah, warte. Nee. Zum Glück verbrauchen wir beim Rumlaufen keine Zeit. Nur wenn wir mit Leuten sprechen, glaube ich. Da reingehen macht gar keinen Sinn. Ja, eigentlich ist es egal. Wir können auch hier reingehen. Und hier. Und hoch zum Balkon. Von Osten her bereitet sich weinrot glänzende Lichtverschmutzung aus. In der Ferne hörst du den Verkehr. Die Nacht legt sich über die Stadt. Na, wen haben wir denn hier? Natürlich habe ich darüber nachgedacht, das Rauchen aufzugeben, aber wozu? Jean de Marie, you found me. Der junge Mann hat auf dem Balkon schenkt ihr ein breites Lächeln, bevor er einen weiteren Zug an seine Zigarette nimmt. Und was er uns zu sagen hat, das finden wir in der nächsten Folge raus. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein. Und tschüss. Bis dahin. Vielen Dank.